... Aus persönlicher Sicht war die, so wie die Anhörung, die ich vor zwei Jahren hatte, als ich informell eingeladen worden war, zum Posten des Vizepräsidenten der EZB. Und für den Rest, ja, ich muss leider bekennen, ich bin keine Frau. Das ist schwierig für Ratingagenturen, da muss ich Herrn Dr. Schäuble vorkommen recht geben. Das ist ein Prozedere, das im Vertrag festgehalten ist. Ich bin von den Ministern, den Finanzministern vorgeschlagen worden. Die EZB hat eine Meinung abgegeben, jetzt wird das Europaparlament eine Meinung abgeben und dann wird der Europäische Rat bestimmen. Ich bin in dieser Sache Objekt und nicht Subjekt. Ich bin schon wieder an mit meinem Buddhismus Om drin. Nichts mehr?